Unglaublich. Ein neuer Vorfall zeigt die heftigen Spannungen in der politischen Landschaft Deutschlands. Claudia Roth, Mitglied der Grünen, geriet kürzlich in eine hitzige Debatte mit einem Bürgermeister, der ihre Politik scharf kritisierte. In einer emotionalen Rede wurde Roths Ansatz zur Migration und Sicherheitsfragen hart angegangen. Der Bürgermeister warf den Grünen vor, ein Sicherheitsrisiko für Deutschland darzustellen. Der Bürgermeister begann mit der Aussage, dass die Akzeptanz der Grünen in der Bevölkerung stark gesunken sei. Seiner Meinung nach vermitteln die Grünen ein negatives Bild von Deutschland, indem sie ständig betonen, wie schlecht es im Land sei und wie dringend Veränderungen nötig seien. Der Bürgermeister hingegen erklärte, dass er mit seinem Land zufrieden sei und die Grünen ihn an den Rand der Rechtsradikalität rücken, indem sie konservative Werte wie Heimat infrage stellen. Er kritisierte scharf die grüne Politik der offenen Grenzen und rief dazu auf, die Realität anzuerkennen, dass nicht jeder Mensch auf der Welt nach Deutschland kommen könne. Die Vorstellung, dass Deutschland alle Probleme der Welt lösen könne, sei unrealistisch und gefährlich. Im Verlauf der Debatte stellte der Bürgermeister klar, dass die Grünen die Lebensrealität vieler Bürger verkennen. Er hob hervor, dass es Milliarden Menschen gibt, die in ärmeren Verhältnissen oder unter repressiven Regimen leben, aber Deutschland könne nicht alle aufnehmen. Diese Utopie der grenzenlosen Aufnahme sei eine Abkehr von der Lebensrealität und eine enorme Belastung für das Land. Ein besonders heikler Punkt der Diskussion drehte sich um die Sicherheit in deutschen Städten. Der Bürgermeister betonte, dass Bürger das Recht auf Sicherheit und Schutz vor Gewalt haben. Er kritisierte die Grünen dafür, dass sie sich gegen Überwachungskameras an kriminellen Brennpunkten aussprechen, was seiner Meinung nach die Sicherheit der Bürger gefährde. Er plädierte dafür, dass Überwachung und Polizeipräsenz notwendig seien, um die Bürger zu schützen. Claudia Roth und die Grünen stehen auch in der Kritik, weil sie sich stark auf identitätspolitische Themen fokussieren. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass die Grünen in Berlin mehr Energie darauf verwenden, geschlechtsneutrale Toiletten zu fördern, als sich um die wirklichen Probleme der Bürger zu kümmern. Die heftige Debatte zeigt deutlich die tiefe Kluft zwischen den politischen Lagern in Deutschland. Viele Bürger fühlen sich von der Politik der Grünen nicht mehr vertreten und sehen deren Ansätze als realitätsfremd und gefährlich an. Die kommenden Wahlen werden zeigen, wie stark diese Spannungen das politische Klima beeinflussen werden.